Liebe mich nicht Eine Geschichte von Persephone is back Erstes Kapitel Das grelle Licht schütte sie selbst mit geschlossenen Augen. Ihr Kopf dröhnte. Sie versuchte sich zu bewegen, wurde aber von einem schweren Arm um die Talie in das Bett festgedrückt. Sie versuchte sich zu erinnern. Genau, da war ja was. Zabini Langsam öffnete sie die Augen und bereute es sofort. Die schweren, cremefarbenen Vorhänge waren zurückgezogen und das Licht durchglutete das bekannte Schlafzimmer. Ab und an war sie schon hier gewesen. An ihren schwachen Tagen oder eher Nächten. Der Mann neben ihr schnarchte. Sie schaute auf seinen karamellfarbenen Arm und versuchte sich einen Plan zurechtzulegen, wie sie hier unbemerkt wieder verschwinden kann. Sie könnte seinen Arm mit einem Levitationszauber schweben lassen, aber ihr Zauberstab lag in ihrer Handtasche und die ist wohl irgendwo zwischen Eingangstür und Bett verloren gegangen. Sie schloss die Augen und tat ein paar tiefe Atemzüge. Ihr war schlecht und am liebsten wollte sie sich erbrechen. Nüchtern wäre sie hier wohl kaum wieder gelandet. Guten Morgen, Miss Granger. Aus Sabinis dunklen Augen blitzte der Schalk und er grinste dämlich und am liebsten wollte sie ihm dieses gewinnende Grinsen aus dem Gesicht schlagen. Er sah aus, als hätte er den Hauptpreis gewonnen und sie hatte gerade so gar keine Lust darauf, der Hauptpreis zu sein. Obwohl Sabini einer der gut aussehenden Junggesellen Londons war. Sabini war groß und durchterniert, hatte ebenmäßige, symmetrische Gesichtszüge, ein sehr charmantes Lächeln und er war ein Spitzenanwalt mit dazu. Ihr Spitzenanwalt. Hermine schlug den seidenen Laken zurück und schwang ihre langen, schlanken Beine aus dem Bett. Wohin wirst du Schönheit? Sabini versuchte, ihr Handgelenk zu packen, aber Hermine kannte das schon und war schneller. Fick dich, Sabini, sagte sie kalt und sah ihn nicht mehr an. In ihrer Handtasche hatte sie den gleichen Aussehnungszauber wie damals auf der Flucht vollführt und suchte ihre Wechselsachen. Schnell weg hier. Sie kramte eine Jeans, ein T-Shirt und einen Blazer hervor, zog sie schnell an und ohne einen Blick zurückzuwerfen, war sie zur Haustür raus. Sabinis Wohnung lag im Zentrum von Muggel-London, in der Nähe seiner Kanzlei, die wiederum aber magisch war und sich auf Handelsrecht spezialisierte. Er stand ihr immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn es mal wieder ums Geschäftliche ging und sie juristische Hilfe benötigte. Sie arbeitete hart und rund um die Uhr und ihr Job war stressig und nervenaufreibend, nicht zuletzt wegen den Kunden. Sie verdiente gut, der Job machte ihr manchmal Spaß und sie konnte sich in Arbeit stürzen und den Krieg vergessen. Sie hatte nach ihrem Abschluss in Hogwarts für ein Jahr im Ministerium in der Finanzabteilung gearbeitet und sich danach selbstständig gemacht und beriet nun reiche Reinblüter zu ihren Anlagen. Ein Grund, warum Harry und Ginny sich von ihr entfremdet haben. Ein weiterer war ihr Lebensstil. Sie entfernte sich erst einige Schritte von der Wohnung, als ihre Kopfschmerzen immer schlimmer wurden und ihre Sicht verschwamm. »Ah, Kio-Zigaretten«, murmelte sie und zündete sich ihre letzte an. Sofort ließ die Spannung im Kopf nach. Ihre Haare standen wild in alle Seiten und fielen ihr ins Gesicht. »Gott sei Dank«, dachte sie, »sonst erkennt mich noch ein Kunde oder noch schlimmer, einer meiner ehemaligen Freunde.« Ihr Mobiltelefon vibrierte und während sie im Weitergehen in ihre Tasche griff und versuchte, eine Zigarette zu ziehen wie eine Ertrinkende, sah sie für einen Moment nicht auf die Straße, schieß gegen eine Wand und für einen kurzen Moment wurde ihr schwarz vor den Augen und sie fühlte nur Vakuum im Kopf. Sie stützte sich mit einer Hand an dieser Wand ab und blickte nach unten auf ihre 5000-Pfund-Tasche, die jetzt in einer Pfütze lag, und ihre letzte Zigarette daneben. »Verdammte Scheiße«, stieß sie aus und griff ihre Tasche. Als sie ihren Blick hob, sah sie, dass es keine Wand war, in die sie gelaufen ist, sondern die besagte Wand ist in sie gelaufen, und diese Wand kam ihr sehr bekannt vor. Sie blickte geradewegs in eisgraue Augen und nahm sofort ihre Hand von seiner Brust. Sie erkannte ihn sofort und unter anderen Umständen wäre sie wahrscheinlich überrascht, ihn nach fünf Jahren wiederzusehen, aber sie hatte wegen ihm ihre letzte Zigarette fallen gelassen und ihr Blick konnte nicht anders sein als angesäuert. Sie betrachtete ihn genau. Er hatte sich verändert. Nach Hogwarts und seinem Prozess hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Die Malfoys haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und es hieß, er hätte sich im Ausland abgesetzt. Nun stand er in voller Größe vor ihr. Er war sehr groß, fiel ihr auf. Seine Brust war breit, und seine trainierten Arme konnte man sogar durch seinen Anzug erahnen. Er trug einen dunkelblauen Anzug mit einer hellgrauen Krawatte. Muggelmode. Seine Haare waren ordentlich nach hinten frisiert, sein Gesicht sah perfekt aus. Er hatte hohe Wangenknochen und schön geschwungene Lippen, und seine Augen leuchteten wie zwei Eiskristalle. Eiskristalle, in denen keine Wärme oder Emotionen lagen. »Wird sein, Sie, Miss. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?« fragte Malfoy Junior sie in einem höflichen Ton. Hatte er sie tatsächlich nicht wiedererkannt? Das kratzte aber nun doch etwas an ihrem Ego, wo sie doch sein Lieblingsschlammblut gewesen ist. »Alles in Ordnung, Miss. Malfoy«, sagte sie in einem bissigen Ton, wobei sie seinen Namen besonders betonte. Seine Augen fixierten ihre und zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine steile Falte. Hermines Kopfschmerzen nahmen überhand und sie konnte ihren Nemesis aus Schultagen nicht mehr ertragen. Eine Sekunde lang überlegte sie, zu Sabine zurückzugehen, aber wahrscheinlich war Malfoy genau dahin unterwegs. Ohne ein Wort ließ sie ihn stehen und liefen schnell den Schritten zum Ende der Straße, um nach Hause zu apparieren. Um fünf Uhr früh kam er mit dem Portschlüssel im Ministerium aus Frankreich an. Er hatte England so gar nicht vermisst und war hier mehr oder weniger geschäftlich. Nun, ob man den Tod seiner Mutter als geschäftlich bezeichnen konnte, sei dahingestellt. Seine Mutter ist den Drachenpocken erlegen und sein Vater wollte Draco ein Teil der Geschäfte übertragen. Er kam also, um zu bleiben. Und eigentlich hatte er keine Freunde mehr hier. Nachdem er freigesprochen wurde, weil St. Potter und Granger für ihn ausgesagt haben, ist er nach Frankreich geflüchtet und hatte dort die Familiengeschäfte geführt. Seit dem Fall des dunklen Lords wurde sein Leben nicht unbedingt ruhiger oder besser. Er hatte vergessen wollen und hatte sich deswegen in die Arbeit gestürzt. Er lernte erwassen zu sein, wurde ein Geschäftsmann, wie sein Vater es immer wollte. Er unterdrückte seine Wut tagtäglich und erträngte seine Schuld in bedeutungslosen Sex mit geldgierigen Mädchen, die alle vergiblich darauf warteten, die nächste Mrs. Draco Malfoy zu werden. Er hatte kein Interesse. Er war nicht dazu fähig, zu lieben und wollte auch keine Kinder zeugen, die sich für ihren Todesservater rechtfertigen werden müssen. Er hatte aus Frankreich zu seinem ehemaligen besten Freund und nun erfolgreichen Anwalt Sabini bereits vorher Kontakt aufgenommen, der sollte sich um den Transfer von Anteilen kümmern und war nun auf dem Weg in seine Wohnung. Es war ein grauer Sonntagmorgen und es hatte geregnet. Seine Gedanken schweiften ab. Er wusste nicht, was er hier vorfinden würde, oder besser gesagt, wie er die Menschen, die ihm und seine Freunde waren, vorfinden würde. Plötzlich krachte jemand in ihn oder etwas. Alles, was er sehen konnte, war ein Mob voll dunkelbrauner Locken. Er blickte nach unten, um zu sehen, wie der kleine Mob ihre Zigarette in der Pfütze ansah, als hätte sie soeben einen geliebten Menschen in dieser Pfütze sterben sehen. Er konnte die Menschen heutzutage nicht verstehen. Aber nicht jeder hatte einen Krieg hinter sich, so wie er. Als die kleine Person den Blick hob und ihn ansah, als würde sie ihn gleich hier für diese Zigarette zur Rechenschaft ziehen, hatte er kurz einen Moment des Wiedererkennens. Sie kam ihm furchtbar bekannt vor. Und sie sah ihn an, als würde sie ihn ebenfalls kennen und abgrundtief hassen. In Gedanken gingen alle Mädchen in Hogwarts durch, die einen Grund hätten, ihn zu hassen. Aber vielleicht war es nur eine Muggel oder eine Französin, die einmal gevögelt hatte und am nächsten Tag vor die Tür gesetzt hatte, wie er es immer tat. Zwei Sätze später ließ sie ihn einfach stehen und sie kannte ihn. Er war sich aber sicher, dass er sie keinen Namen zuordnen konnte. Innerhalb weniger Minuten erreichte er Sabinies Wohnung und klingelte. Ahem, du kommst also wieder. Kannst wohl nicht genug bekommen. Die Tür schwang auf und ein nackter Blaze stand vor Draco. Verdammte Scheiße, Malfoy! Was machst du hier? fluchte sein Freund charmant zur Begrüßung. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Sabini. Ich wollte nur ein paar Dokumente abliefern, bevor ich ins Büro gehe, informierte ihn Draco kühl. Komm rein, Dray. Nach fünf Jahren Abwesenheit musst du mir noch Gewinnungszeit zusprechen. Ein tiefes Grübchen bildete sich auf Sabinies Wange. Draco betrat die Wohnung und konnte direkt ins Schlafzimmer blicken und entdeckte ein zerwülltes Bett. Er schüttelte den Kopf und lachte. Du bist noch immer der Alte. Wo denkst du hin? Ich bin auf der Suche nach der einen. Sabini zwinkerte ihm zu. Und war das hier, die eine? Es fühlte sich an, als hätten sie sich bloß wenige Tage nicht gesehen. Sabini kochte zwei Kaffee und beide setzten sich vor den Kamin im Penthouse-Wohnzimmer. Blaze scheint es gut zu gehen, ging es ihm durch den Kopf. Ha, sie ist eine schwierige Frau. Sind die schwierigen Frauen nicht genau die, die es wert sind? Hatte Draco gleich seine Lebensweisheit aus. Sabini runzelte die Stirn. Ja, aber diese hat kein Herz. Nicht mal für Blaze Sabini, den reichen und gutaussehenden Junggesellen Londons? Draco runzelte die Stirn. Sie braucht mein Geld nicht. Sie hat ihr eigenes. Außerdem bin ich ihr Anwalt. Sag bloß, die Reinblüterkultur gibt es nicht mehr und die Frauen werden nicht mehr vermögenvermehrend verheiratet. Sabini sah ihn von der Seite mit einem sehr ungewohnten Blick an, den Draco alarmierend fand. Sie ist keine Reinblüterin. Außerdem habt ihr euch um fünf Minuten verpasst. In Dracos Kopf setzte sich ein Bild zusammen. Die Frau vorhin auf der Straße kannte ihn. Also war sie eine Hexe. Eine Hexe im Muggel-London. Sie kam von Blaze. Draco zog elegant eine Augenbraue hoch und versuchte so, Blaze zum Weiterreden zu bringen. Und den Gefallen tat Blaze ihm zu gerne. Er grinste spitzpübisch. Er lehnte sich in seinen Sessel vor und flüsterte, als handel er sich hier um ein Staatsgeheimnis. Es ist Hermine Granger. Dracos Gesichtszüge entgleisten. Und den Gefallen. 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 Vielen Dank.